Den Marcel am Bass! Spontan eingesprungen, nachdem unser alter Bassist Jan leider ausgestiegen ist, war Marcel sofort zur Stelle. Dieser Gig ist übrigens auch sehr spontan entstanden. Wir wissen eigentlich auch erst seit drei Tagen, dass wir spielen. Ne, war erst zwei Wochen. Und der Marcel war sofort am Start. Vielen Dank nochmal dafür. An der siebenseitigen Gitarre, Demian Holke aus Gerdesheim. Und am Schlagzeug aus Ludenberg, äh Neuss, Art Zinner. Trudokulik Zinn Get it right! Go! Boys coming in! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018